construction complete heineken das war mir das einschenken sag ich doch heineken nein hier dreizehner sind billigwelten der gute welt der mann die will ich haben schiffe aus die transferieren transferieren von schiffe zu sterben der typ ähm da kam es ja nicht im planeten system reconnaissance completed so und 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 Ich hab noch einen Unschaufstieg. Warum hat der meine Armee so weggefetzt? Bessere Technologie vielleicht? Ja, der hat aber auch eine Tausender und auf einmal war meine Tausender instant weg. Ich hab nicht mehr seine Schilde kaputtgekriegt. Ja, er hat halt bessere Schilde, dadurch hat es gekontert. Das hier ist Gradoid, du machst dir gar keinen Schaden. Oh je. Sehe ich irgendwo zufälligerweise mit wem ich gerade im Krieg bin? Irgendwo ist man das bestimmt. Klasse! Unten rechts. Da müssen so Kreise sein mit zwei Symbole der jeweiligen Rassen. Wenn das nicht ist, dann hast du keinen Krieg. Das sieht man sofort, das ist ein fetter Kreis. Oh Gott, seid ihr an kein Krieg? Gut, die haben mich nicht erst zum Krieg hinzugerufen, das ist natürlich sehr praktisch. Wir bunkeln uns hier einfach ein. Construction complete. Sollen sie doch kommen, ich werde sie hier warten. Ich habe nur zwei Nachbarn. Gott. Und die anderen komme ich nicht ran. Friedensangebot? Bist du Converderation of Cradoniniana? Cradoniniana, nein. Ach man, wir werden ihn zu eines Tages finden. Ach man, wir werden ihn zu eines Tages finden. Ah, da kommt die Fallflotte. Was haben die denn? Eine 3K-Flotte. Ah Gott, wie kommt man noch in dieses Schiffbaumenü? Also wie die Schiffe aufgebaut sein sollen. Äh, oben links auf Meer, dann der Schiffsdesigner. Ich brauche jetzt ganz schnell eine deren Basis hier. Okay. Danke. So, ein paar Schiffe werden ganz neus. Was? Er fliegt da einfach durch, der Bastard. Der will nicht mal sich ihn aufhalten. Okay, das hält ihn zumindest nicht kurz auf. Ach du Scheiße. Was ist denn in Krieg? Wer kommt schon? Komm jetzt ohne wartet. Let's go! Komm jetzt schon, Boys. Verteidigt die Heimat. Der mit. Ich hätte es wissen müssen. Irgendwie habe ich trotzdem gedacht. Da wird es schon nichts sein. Tracking enemy fleet. Das. Ach das f***** mich hart. Ich werde auch gerade gefickt. Ach, gerade kommt noch so eine K-Flotte, ey. Ja, ich bin komplett im Arsch. Oh, ich sehe, du hast deine Heimatwelt verloren. Ja. Und da ist der nächste Krieg. Das Problem ist halt, Robert ist echt schwer, weil dich halt jeder hasst, ne? Und dann sofort Kriegwell. Dein Minus, dein Kredits- und Mineralien-Minus. Okay, das erklärt aber auch, wenn du jede Schlacht verlierst, denn wenn du da im Minus bist, dann kämpfen die Einheiten nicht mehr mit 100%. Ja, aber das ist erst jetzt, nachdem ich halt so... Okay. Ich hab ja keinen Krieg mehr. Ich bin sehr froh. Erstmal Zurückeroberung. Fee, du greifst mich an. Er greift mich an. Ja, du wirst deine Flotte auflösen müssen. Wer, ich? Nein, Nockle, wegen dir, weil es so hart im Minus ist. Hm. Ha. Jetzt wird er so bitter zerstört, ey. Construction complete. Nockle versuchst gerade einer freundlich zu machen, Nichtfühlende werden nicht mehr getötet, Grenzen sind offen. Was soll ich machen? Ich bin noch ein ganz netter, seht ihr mich? Interessanter Kampf. Ah, jetzt hab ich den verlieren! Du bist aber noch im Krieg, ne? Ich? Ja, unten rechts. Ja, schon wieder. Ach, schon wieder. Mhm. Mhm. Deswegen kann ich die Flotten nicht auflösen. Das ist so... Komm schön, Boys. Ich darf das nicht verlieren. Wer verliert das? Gott, ist das peinlich. Das hier ist gerade peinlich. Ich dachte, das schaffen wir locker. Ich dachte auch 1500 gegen 1300 könnte ich schaffen, aber nein. Hä, warum hat der wieder... Hä? Ähm, warum hat der jetzt wieder Schilde gehabt? Das war das Gott schlecht. Du musst hab' ich gerade übersehen. Verdammte Scheiße, Mann. Hm. Das war ja mein 1G mit Kack zu schlagen, ey, fuck. Kann ich die Flotte nicht irgendwie parken oder so? Ja, in der Sternenbasis mit ne... ähm... Warte, wie heißt das Ding? Lass mich gucken. Besatzungsquartier. Heißt bei dir wahrscheinlich anders, weil du Roboter hast. Aber das ist so... Das ist eins der ersten Gebäude, die man in der Basis unten bauen kann. Ja, wenn ich da irgendwie... Da war's Versorgungsschläuche. Heißt bei dir. Heißt bei dir. Ach, der hat zwei Kriege. Deswegen ist er grad zu beschäftigt. Ja, der hat mich irgendwie nicht aufgeregt. Das war's Versorgungsschläuche. Das war's Versorgungsschläuche. Ich bin sowas von tot. Das war's Versorgungsschläuche. Ne, richtig geil. Richtig Bock. Verdammte Scheiße, Mann. Irgendwie buckt das... Was? Irgendwie buckt das aber grad drum so ein bisschen mit dem Kämpfen. Kann das sein? Dann bilde ich mir das ein. Weiß ich nicht. Ich krieg auch noch eine Fresse. Ich hab das Problem, ich sehe die Gegnerflotte einmal mit 100 Schilder, aber außerdem nichts auf einmal 0, dann sind es wieder 100. Ich hab's ja keine Materialien mehr, nichts. Wir sind kein Frieden. Die letzte Befreiungsflotte. In der Heimat gibt's Nahrungsmittelknappheit, aber das ist mir egal. Alles auf Militär. Ja, ich hab auch alles auf Militär gesetzt, aber es trinkt nicht, sind zwei einfach billig. Bitch, Alter, ich fick grad deine Flotte weg. Merkst du was? Und ich hab nicht mal Materialien dafür. Nein, jetzt nicht verlieren. Warum verliert ihr auf einmal? Warum verliert ihr auf einmal? Das ist das Ende des Imperiums und so bitte Ende dieser Runde Stellarys, sagst du? Ja, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich bin, ich bin tot. Ich mein, der andere Typ, der mich gerade schon komplett, also meinen Hauptplaneten mit erobacht hat, der stellt schon wieder Ansprüche die ganze Zeit. Da musst du das Imperium aufgeben, sagst du? Ja, da kann ich nix gegen tun. Ich mein, wir können ja gerne eine neue Runde anfangen, auf einer mittleren Galaxiegröße und nebeneinander direkt. Wäre halt vielleicht auch ein bisschen einfacher und schlauer, damit wir halt auch uns mal interagieren können und helfen können. Hm, ich weiß nicht, wir können versuchen auch einfach einen Spielstand neu zu laden oder so, ich weiß nicht, dass die gespeichert wird. Jawollt. Na gut, ich hab die gespeichert bisher, ne? Ich wäre dafür, dass wir alle zusammen spielen. Ich hab ein paar Autosaves, aber... Ich mein, Spielstand, ich bin jetzt von meiner Position nicht so begeistert und ich bin... Ja, wir können dann auch neu starten. Okay, dann würde ich mal sagen... Nein, warte kurz noch nicht, ich will noch kurz herausfinden, ob ich Gewinn ne? Okay, okay, Jungs, hab's verstanden. Wir spielen noch ein bisschen, wir spielen noch ein bisschen, Alter. Ich will, ich will noch, also ich bin noch nicht komplett am Arsch. Aber, aber so gut wie. Oh, Flotte kaputt. Damn boy. Weißt du, Flotte ist kaputt? Wenn ich sehen könnte, müsste ich jetzt ein bisschen mehr Rallyen schicken können, aber selbst das geht nicht. New enemy fleet detected. Oh nein, da kommen sie! Okay, ja, wir starten neu. Jetzt kannst du auch nicht mehr davon weglaufen. Alter, ich bin grad richtig am Abkacken. Ja, vorwiegend. Wir kommen grad ne 2000 Armee ran, also ich hab ne 1000, also ja, das war's wohl. Oh, ich hab meinen Planeten wieder. Mache, es ist also alles in Ordnung. Wo kommen die jetzt? Was machen die da? Der Fahr fliegt nur durch und macht nicht alles kaputt. Bitte fliegt nur durch und macht nicht alles kaputt. Also bei mir haben die alles kaputt gemacht. Danke. Ja, sie machen es kaputt. Sehr gut. Es war meine Sternenbasis. Oh, sie sind schon da. Was kämpft denn? Da kommt ja noch ne 2000 Armee. Mach eins drauf weiter. Jetzt hab ich mir auch dran gedacht. Und wieso kämpft ihr nicht mit? Ah. Oh, ich hab die Schlacht gewonnen. Jo, ich hab nur sowas von verkackt. Oh Gott. Bitch, Alter. Da hab ich deine Armee gefickt. Aber jetzt musst du dich zurückziehen, meine Armee. Wittert hier nix. Wieder ne scheiß Armee da. Oh, da kommt schon. Okay, bitte lass mal anfangen. Jo, ich warten auf Knuckles & Go. Ja, komm. Hau raus. Es hat keinen Sinn gerade. Ich werd eingenommen. Dann enden wir hier mit die erste Session. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch. Und bis zum nächsten Mal. Wartier. Mh. Mh.